Yo Freunde, was geht? Mein Name ist Mihajlo und ich bin wieder back mit Saison 2 der Karriere mit dem TSV 1860 München. Die Regeln sind wie gehabt bereits in Saison 1. Fünf Spiele habe ich, wo ich Taktikansicht machen kann und auch eingreifen kann, also wo ich quasi ein bisschen Einfluss habe. Aber sonst wird der Rest simuliert, das heißt es ist gar nicht mal so easy, weil das Problem ist, das ist aktuell unser Team. Ihr seht von den Ratings her ist das definitiv nicht gut genug, um aufzusteigen. Wenn wir zu den Zielen mal schauen, ist es auch gar nicht unser Ziel aufzusteigen, aber Mittelfeldplatz belegen, selbst das wird schwer. Es könnte easy passieren, das wäre wie es hier schon nach dem Alphabet gereiht ist, nur auf Platz 16 landen, das hoffe ich natürlich nicht. Aber das nächste Problem ist natürlich, wir haben gerade mal ein Budget von 6 Millionen, damit kann man tatsächlich gar nicht mal so viel machen. Deswegen wird es gar nicht mal so easy, hier einen Kader zusammenzustellen, der gut genug wird, dass wir halbwegs im Rennen dabei sind, um einen Mittelfeldplatz. Und es ist natürlich auch nicht so, wenn man die zweite Bundesliga kennt, logischerweise nicht wie in der englischen Liga zum Beispiel, wo die ersten sechs rein theoretisch eine Chance haben aufzusteigen, also wo du quasi auch Sechster werden kannst und in die Premier League aufsteigen kannst, sondern man muss tatsächlich in den Top 3 landen und ich sage es ganz ehrlich, ich glaube in der Saison werden wir das noch nicht schaffen. Da müsste mir wirklich jetzt, außer es läuft halt wirklich alles perfekt, ein Kunststück gelingen, aber das sind aktuell so die Ratings, die wir haben. Unser bester Spieler ist natürlich Nelson Viper, der auch die zweite Liga bereits zerschossen hat. Aber hier ist auch das Problem, dass der nur geliehen ist eben von Mainz, das heißt, den müsste ich jetzt dann nochmal ausleihen. Und Hiller, der auch recht gut gestiegen ist, den hatten wir von Anfang an und viele Spieler sind eh noch dabei, die von Anfang an auch dabei waren. Der Kader hat sich aber auch schon ein bisschen gelehrt, wurde auch schon ein bisschen ausgemistet. Und ja, ich würde sagen, wir simulieren erstmal. Ich habe auch schon extra, damit das nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, schon ein paar Spieler geschaut, die wir holen können. Ein paar Spieler gescoutet natürlich, ich bin natürlich nonstop als guter Trainer, bist du natürlich nonstop am Überlegen, welcher Spieler könnte gekauft werden. Obwohl Trainer oft natürlich heutzutage nicht mehr so dieses Mitspracherecht haben bei Transfers, ist das hier natürlich anders. Wir haben natürlich schon das Mitspracherecht, logischerweise. Joel Swartz, den werden wir nicht verkaufen, ja, den brauchen wir als Backup mit einer 68 ist er natürlich noch relativ stabil dabei. Okay, wurde das gerade erhöht um 2 Millionen, kann das sein? Yo, wurde sogar erhöht, 7 Millionen, ja, okay. Es ist immer noch nicht die Welt, sage ich so, ja, es ist immer noch nicht die Welt. Man kann immer noch nicht crazy viel damit machen, aber ich glaube, 2, 3 Signings sind drinnen und wir werden natürlich auch wieder ein bisschen mit Laien arbeiten müssen. Und Nelson Viper, ja, er ist schon weg, ja, oder? Ja, also es wird jetzt hier nicht extra angezeigt, aber im Team ist er leider nicht mehr dabei, okay. Ja, dann ist das gleich die erste Amtshandlung, dass wir den erneut ausleihen müssen. Ich hoffe, die geben uns den auch, weil ich glaube, der hat einen Marktwert von 4,5 Millionen. Und ich will nicht unbedingt das halbe Budget jetzt für ihn ausgeben, obwohl er ein Potenzial von 86 hat. Also, sehr, sehr krasser Spieler, kann ich auf jeden Fall für jede Karriere empfehlen. Startet mit der 66, also wirklich, glaube auch in echt, wahrscheinlich ein geiles Talent. Und, ja, das habe ich irgendwo befürchtet, ja, das habe ich irgendwo befürchtet, ja. Scheiße. Fuck, man, ja, das habe ich irgendwo befürchtet, dass das sein könnte, dass die Aries den nicht nochmal verleihen wollen, ja. Weil er jetzt schon gut genug geworden ist, dass er wahrscheinlich auch vielleicht sogar schon Backup bei den Inch sein kann mit einer 71, ja. Ist ganz okay. Marktwert von 4,5 Millionen. Es ist halt jetzt die Frage, ob ich es probieren soll. 7 Millionen haben wir als Budget. Wir kümmern uns zuerst mal um andere Sachen, ja. Wir werden auf jeden Fall den Bre mal verleihen hier, dass er sich, dass er die Spielzeit bekommt und sich gut entwickelt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Den wollten wir auch noch verkaufen. 770, ja. Ja, wir verhandeln, wir schauen, dass wir da möglichst viel überall rausbekommen bei jedem Spieler, damit wir auf jeden Fall transfermäßig ein bisschen was machen können. Ja, sagen wir mal 780, nehme ich das an. 750, ja, ich sage ehrlich, so diese Zehntausender-Summen so. Ist natürlich echt viel Geld, aber klar, fußballmäßig sind das natürlich absolute Peanuts. Da brauchen wir jetzt nicht stundenlang extra verhandeln. Das ist aber nice, dass diese Vorbereitungsturniere, dass man da eine Million gewinnen kann. Weil für uns ist das natürlich krass viel Geld. Da müssen wir auf jeden Cent eigentlich fast schauen. Den wollten wir noch als Rechtsverteidiger holen, Ludewig, weil den hatten wir auch schon letzte Saison. Wir würden den sogar verleihen. Dann können wir hier vielleicht die Laie vorschlagen, ja. Den hatten wir bereits letztes Jahr. Der ist auf einen 70 gestiegen und erspart auf jeden Fall Kohle, wenn wir den nur leihen müssen, ja. Der hat ein Rating von 70. Also für die zweite Liga ist das auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Ihr seht, wie dezimiert unser Kader ist, ja. Da sind wirklich Spieler, die schon echt bodenlos kacke sind in der Reserve, so. Also wir haben vielleicht ein Team von, ja, sagen wir mal 20 Spielern, die brauchbar sind, ja. Da runde ich jetzt schon großzügig auf und es gibt natürlich noch mehr, die wechseln wollen. Das ist auch ein bisschen so das Problem, wenn man simuliert. Alle Spieler musst du irgendwie über Laune halten und das ist gar nicht mal so easy. Preisgeld 1,25 Millionen. 8 Millionen, geil, okay. Also wir können jetzt überlegen, ob wir Nelson Weiber kaufen. Wir hätten es überlegen können, ja. Wir hätten es rein theoretisch überlegen können. Es ist die große Frage, leihen die uns den an. Die leihen uns den nicht. Aber wir können verhandeln sogar. Ein Wert von 4,5 Millionen. Ich sag, ich gehe mit 4,8 rein. Das ist für uns schon echt dick Kohle. Und ja, wir nehmen es an. Die Weiterverkaufsgebühr, scheiß drauf, ja. Also ist zwar jetzt unrealistisch, weil ich glaube, man kann gar nicht zweimal in einem Transferfenster wechseln. Also zumindest früher in FIFA ist das nicht gegangen in der Karriere. So viel dazu nur. Und gut, er will auch schon gut gehalt. Das hat auf jeden Fall eine ordentliche Stange Geld gekostet. Aber wir brauchen einen guten Goalgetter und ich habe ihn auch auf dem Thumbnail für die erste Saison drauf. Ja, ein bisschen zu viel gezahlt, okay. Ja, wobei, wobei, 4,8, 4,5. Das ist nur jetzt ein Problem, weil wir halt wirklich so wenig Kohle haben. So, ich schau jetzt noch, ob es noch irgendwen gibt, den wir zu Geld verwandeln können, den wir wirklich nicht brauchen unbedingt. Ja, da ist eigentlich jeder Einzige, der mir einfällt. Hat auch nur mehr einen Vertrag von 11 Monaten. Darum müssen wir uns dann auch noch kümmern. Okay, die Liga fängt auf jeden Fall schon an. Aber der Kader steht noch nicht, deswegen werde ich mein erstes Spiel, wo ich spielen kann und eingreifen kann, hier noch nicht verwenden, weil vielleicht können wir noch den ein oder anderen, die ein oder andere Laie vielleicht vollziehen. Ist noch erst im Juli, ja. Erstes Spiel gleich verloren, GG's. Okay, wir haben das Angebot hier für Reihenthaler. Wir gehen rein in die Verhandlung. Da gehen wir so mit 840.000. Warum zahlt ihr die nicht einfach? Das ist die Frage, ja. Wir sagen 7,50. Wir werden das Safe nicht annehmen, das kann ich jetzt schon sagen. 6,50, okay. Sagen wir 7, Bro. 7, 7, 7 ist nicht so viel, ja. Das sind 5,50.000 mehr. Ich musste gerade ernsthaft überlegen, wie viel da fehlt. 6,70. Nimmst du das? Ja. Ja, okay. Scheiß drauf. Gut auch, könnte man auf jeden Fall auch zu Geld verwandeln, aber mit einer 69 ist der für uns einfach unentbehrlich. Deswegen werden wir das nicht machen, ja. Simulieren das nächste Spiel. 3,1. Fuck. Okay, unser Team ist, glaube ich, es wird schwierig, ja. Wir werden gegen den Abstieg spielen, auf jeden Fall. Wenn das auf jeden Fall schon mal so beginnt. Ja, diese Simulation, das läuft meistens auch schlechter, als man gefühlt ist. Aber wir werden auf jeden Fall vor diesem DFB-Pokalspiel auch unbedingt noch einen Transfer machen müssen. Und ich muss noch das mit den Coaches machen und schauen, ob wir uns die Jugendabteilung überhaupt leisten können, ja. Da ist es auf 6,50. Hätte ich auch vorher schon annehmen können, erhaltene Angebote. Das kann ich für 2 Millionen verkaufen. Wisst ihr was? Es ist vielleicht blöd. Es ist vielleicht wirklich dumm. Ja, weil dann müssen wir auf jeden Fall sogar noch einen Stürmer kaufen. Da würde ich vielleicht dann einen älteren als Backup holen, damit wir nicht dann, falls sich Viper verletzt, mit nichts dastehen. Aber ich würde sagen, wir verhandeln hier sogar mit Sunderland, ja. Mal schauen, wie viel wir rausholen können, ja. 2,2. 1,8 sagt er, okay. 2,1, 2,1, Digga. Nimm das an. 2 Milliletztes Angebot. Nimm es oder schleicht dich. Ja, okay, dann schleicht dich halt, meine Güte. Oh mein Gott, okay. Ja, ich glaube, am ehesten auf der 10 oder rechten Flügel können wir uns vielleicht noch ein bisschen verstärken. Es gäbe noch ein kleines Ass im Ärmel und das wäre wirklich der Heel-Turn schlechthin quasi made in Bayern und zur Legende für 1860 München. Und das wäre natürlich, wenn die uns den geben, Arion Ibrahimovic, eins der krassesten Talente des FC Bayern München in real life. Und das wäre natürlich eine absolut krasse Story, wenn wir den kaufen können. Vielen Dank. Intensiv hier, ja. Intensiv hier gerade, Leute, weil wir gehen wirklich schon fast in die Schulden rein mit ... 1,6 und volle Weiterverkaufsgebur ist das höchste, was ich dir geben kann. Das ist mit Abstand das höchste, was du kriegst von mir. Okay, das ist noch nicht möglich, ja. Der Heel-Turn passiert erst später. Ah, hier können wir rein. Sehr geil, sehr geil. Das wäre auf jeden Fall geil. Für Ibrahim Maza. Ist jetzt nicht unbedingt nur meine erste Wahl jetzt gewesen, aber auf jeden Fall auch ein guter Spieler mit viel Potenzial. Als nächstes kümmern wir uns jetzt mal um die Verträge, weil das spiegelt man hier jetzt schon langsam. Das läuft wirklich ungelogen bei gefühlt jedem der Scheiß-Vertrag ab. Aber das ist auf jeden Fall hier ganz, ganz wichtig und wir haben hier auf jeden Fall kein so schlechtes Los für die erste Liga mit Hallesch FC. Ich glaube, wir haben auch letzte Saison schon gegen die, die genau das simuliert. Also nicht simuliert, sondern quasi die Taktik an sich gemacht und zugeschaut. Das werden wir jetzt auch tun. Zuvor muss ich aber nochmal wegen dem hier gucken. Das machen wir später, das machen wir später. Das kostet ja auch ein bisschen Geld. Das kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja, alles auf der Welt kostet Geld, Leute. Ja, das ist... Nichts gibt es gratis. Das ist so... Leider das Ding. Nur sterben tut man gratis. Dafür musst du nichts zahlen. Das war's. Das ist dir ernst gesagt. Ja. Die Belebensweisheiten gibt es auch wie im Stream. So, wir fangen auf jeden Fall hier an im DFB-Pokal. Aber in Runde 1 auch ein geiles Los gegen den Hallescher FC. Hallescher FC. Ich bin gerade zu blöd zum Reden. Ja, wieder mal. Klassiker. Wir haben auch unsere beiden neuen Transfers alle drinnen. Also Ludewig und Weiber. Weiber der letzte Saison bereits die dritte Liga rasiert hat. Die zweite Liga auch rasieren wird und uns helfen wird, dass wir hier nicht sang- und klanglos absteigen. Und eines der Ziele ist auf jeden Fall auch vom Vorstand. Fuck. Er lässt mich nicht mal ausreden. Mann. Halimi 1 zu 0. Hallescher FC, Digga. Das kannst du nicht ausdenken. Gegen den Drittligisten gehen wir 1 zu 0 in Rückstand. Bereits nach 10 Minuten. Das ist der denkbar schlechteste Start. Er lässt mich nicht mal meine fucking Anmoderation beenden. Was ein Hund, Digga. Das ging jetzt viel zu leicht. Das verstehe ich nicht, warum die Abwehr da so offen ist. Wir haben die eigentlich sogar von den Ratings. Er sieht die nicht mal so schlecht aus. Das ist wahrscheinlich ein Stürmer mit einem 65er Gesamtrating. Und der marschiert hier so einfach durch. Das könnte uns jetzt natürlich im Nachhinein noch in den Arsch beißen. Ja, wortwörtlich. Dass sich die Kohle eigentlich mehr in die Offensive stecke und nicht so sehr ins defensive Mittelfeld und in die Abwehr. Abgesehen von Ludewig. Und da bleibt er hängen, Digga. Was machst du, Stavanovic? Einer unserer Starspieler aus der dritten Liga. Enttäuscht hier maßlos bisher mit diesem dummen Fehlpass, Digga. Da will ich mehr Kontrolle im Mittelfeld haben von den Jungs. Das gefällt mir überhaupt nicht, dieser Ansatz. Wirklich. Da bin ich stinksauer als Trainer. Würde ich da schon so ragen an der Touchline. Also die Fußballwelt kann wirklich froh sein, dass ich kein Trainer bin. Weil ich mag hier vielleicht teilweise ganz ruhig winken. Aber ich würde wirklich wie in den Arsch aufreißen. Teilweise. Was ist das, Digga? Gut gehalten, gut gehalten, Hilder. Gut gehalten, Digga. Du bist unser Mann hinten, Digga. Das 71er-Rating, das Carry, Digga. Weil das ist ein solider Torhüter, definitiv, ja. Schöpf den hier weg. Wir kommen hier gar nicht raus. Also ich werde hier wahrscheinlich ganz sicher eingreifen müssen, weil eines der Ziele ist, dass wir in die Runde der letzten 16 im Cup kommen. Und wenn wir uns schon in der ersten Runde so Dulli-mäßig anstellen und hier vom HFC so auseinandergenommen werden, dann wird es auf jeden Fall schwer, da weiterzukommen. Und auf jeden Fall eins. Oder der Ziele, schön gemacht. Nein, schade, Digga, schade. Digga, das hätte sich ein Tor verdient. Das war richtig geil gespielt mit der Hake. Boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, Digga. Ich war jetzt ganz vertieft in was anderes. In die Ziele. Und dann packt er hier so einen geilen Pass aus. Bist du deppert? Verlagt hier am Ball. Sehr schön. Guter Armand. Zeig mal was. Zeig mal was. Du bist einer unserer Hoffnungsspieler hier. Schön durchgesetzt. Sehr schön. Schröter hier. Schröter aus der Drehung. Schade, schade. Guter Versuch, guter Versuch. Dass wir einfach mehr Tore schießen, als wir kassieren, damit wir irgendwie nicht absteigen. Aufstieg ist hier nicht drinnen. Und das ist die Chance zum 1-2-1. Let's go. Kein Abseits. Geil gemacht. Der Torhüter hat sich da richtig hart angeschüttet. Nach dem Schuss von Stevanovic. Und hier der Abstauber. Schön gemacht. Wir schauen uns nochmal an. Und sehr schön, ja. 1-1 wichtig. Ein Ziel von Schröter. Schön gespielt mit der Hacke. Gut. Come on. Let's go. 2-1. Jawohl. Let's go, Digga. Come on. Wir kommen weiter in die zweite Runde. Let's go. Oh, gut. Auch mit ein bisschen Platz. 3-1. 3-1. Wir machen es klar in der Verlängerung. Sehr schön. Sehr schön. 3-1. Wichtig. Und Ibo Matz. Da kommt. Stabil. 12 Monate geliehen. Ibo Matz. Muss ich auf jeden Fall einmal jetzt reingeben. Ich finde die Bank eigentlich gar nicht mal so scheiße. Es ist halt die Reserve, die full reinkackt. Aber ja. Geile Ratings sind es nicht. Aber ist mehr eine Drittliga-Bank. Ja. Das kann man schon ehrlich sein. Die Situation am Flügel, die ist alles andere als gut. Deswegen müsste ich wahrscheinlich auch an den LAN oder so. Wir simulieren erstmal das Spiel gegen Kräuterfürth. Wir gehen das mal ruhig an jetzt. Was soll ich den verkaufen? Der hat halt eine 69. Aber der würde ich halt eh nicht spielen. Der ist halt Backup-Stürmer. Einen Stürmer brauchen wir dann auch. Das ist das Ding. Wir müssen sowieso noch 1-2. Also was heißt 1-2. Wir müssen wahrscheinlich noch 5-6 Spieler irgendwie aus dem Hut zaubern. Ja, ich habe vorher eh verhandelt. Ich hätte 2,122 rausholen wollen. Aber die sind natürlich auch sehr knauserig, muss man sagen. Was sagen wir? Was sagen wir hier? 2 Millionen. Hier ein bisschen runter. Nimm die einfach an. 1,9. Okay. Die Erhöhung 100.000, dass wir die gerade Summe 2 Millionen haben. Und wir sind... Ist das ein Scheißernst? Ist 1,9 vielleicht genau der Punkt, wo es dann nicht mehr geht? Kann das sein? Sind diese 100.000 wirklich? Macht das den Unterschied? Fakt, Mann. Magdeburg simulieren wir auch mal. 3-3, okay. Was sagt die Tabelle? 12. Ist okay. Wir haben jetzt ein Angebot von 1,8 Millionen. 2 Millionen von Gaziantep. Und... Die 200.000 geht Gaziantep auf. Die haben Kohle. Perfekt, ja. Die haben die Kohle. Bamber verleiht... Ah, Dortmund verleiht ihn doch. Okay. Das ist natürlich geil. Was sagst du zu ihm? Zu Samuel Bamber, der ein Dortmunder Junge. Leier zum Kauf. Was muss ich jetzt für eine Abblüse nehmen? Wie viele Millionen? Geld habe ich ja jetzt noch nicht. Das ist das Ding. Ich kann ja nur Geld reingeben, was ich halt habe. Das ist das Problem. Er lässt mich hier nicht hochgehen. Das nimmt er ja jetzt nicht an. 1 Euro, ja. Ja, sehen wir uns auch mal. Das 1 Euro Angebot. Fuck. Jetzt haben wir den. Okay, jetzt kriegen wir den auf jeden Fall nicht mehr. Boah. Der ist sogar gut, oder? Obwohl es ein bisschen unrealistisch ist. Aber der war ja mal FIFA 14, weil er das krasseste Talent. Aber der ist extrem abgestürzt. Der sieht doch jetzt irgendwie viele älter aus. Man erkennt den auf den Bildern gar nicht mehr. Da sah er damals viel jünger aus. Uh. Der ist ein Abblüsefeuer. Das ist geil. Den nehmen wir gleich mit, oder? Der hat glaube ich auch, der hat auch Dings Potential, ja. Den haben die auch in echt gelegen gehabt. Den habe ich nicht oft genug gespielt, deswegen nimmt er das an. Ja, komm. Ja, wahrscheinlich eh zu viel. Wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich wieder viel zu viel Geld bezahlt, egal. Nein, Kishi haben wir auch jetzt. Das ist geil. Der ist auch realistisch, weil die den echt auch haben oder hatten auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt sagt. Geldmäßig. Ob das ein guter Deal war. Für 900.000. Ja, okay. Ja, okay. Er sagt sogar A. Hervorragender Deal. Okay, okay. 840. Ja, okay. Dann ist es wirklich nicht mal so schlecht. Und nahel Februar. Wollen wir jetzt noch als vierten Innenverteidiger. Was sage ich? Der Rotation oder sporadisch? Er sagt wichtig. Ich sage Rotation. Perspektivspieler. Er sagt wichtig, okay. Ja, er heult es uns drum, wenn ich ihm das nicht gebe. Dann ist er halt angepisst und wir verkaufen müssen im nächsten Jahr verkaufen. Das ist halt dann das Ding. Ich scheiß drauf. Okay. So wie er besser hat, muss er dann auch ein Rating haben, ja. Er stiehlt gleich gefühlt auf wegen Gehalt. Perfekt, okay. Er hat es zu spät gesehen. Er hat jetzt die 2K unterschrieben. Ich bin jetzt echt gespannt, was der jetzt für ein Rating hat. Weil dann muss der jetzt mindestens, wenn der wichtig sagt, so. Dann muss der jetzt so 63, 64 mindestens haben. Sodass der eigentlich bald spielen könnte theoretisch. Ja, hervorragender Deal, weil er gratis ist. 67. Okay, Digga. Das ist kein Backup im Verteidiger, sag ich dir ehrlich. Der ist Stammspieler eigentlich. Weil Verlater hat 70 und der hat 67. Und ich wette safe, einfach weil er jung ist, dass der mehr Potenzial hat. Aber er zeigt kein Potenzial oder sonst irgendwas. Aber vielleicht steigt er trotzdem noch ganz gut. Die Transferphase ist nun zu Ende. Und das ist das Team bis zumindest zum Wintertransfer. Vielleicht wollen wir mittendrin auch noch ein paar Ablöse-Freispiele. Es kommt drauf an, aber das wäre mal die Startaufstellung. Hiller im Tor. Ludewig Rechtsverteidiger. Greilinger Linksverteidigung. Fevre und Verlater ist unser Innenverteidigungs-Dos. Der Wanovic und Rieder ist unser Trusted-Partnership schon aus der 3. Liga, auch jetzt in der 2. Liga. Gutau über links. Nankishi rechts. Ibu Mazat auf der 10. Und Viper als Stürmer. Ja. Ist noch nicht das allerkrasseste Team. Es wird für den Aufstieg höchstwahrscheinlich nicht reichen. Aber wir werden schon ein respektables Finish damit rausholen können. Die Bank sieht jetzt auch ein bisschen besser aus. Also ich finde der Kader für das Budget, das wir zu Beginn hatten von gerade mal 6 Millionen. So viel mehr kann man glaube ich nicht rausholen. Also ja, man hätte vielleicht statt Viper die 4 Millionen da, hätte man vielleicht ein bisschen anderswo mehr verteilen können. Aber wir setzen halt sehr, sehr stark auf ihn. Dass er sich von dieser 71 vielleicht jetzt schon gleich in der Saison auf, wenn nicht 75, 76 verbessert. Dass wir dann einen richtig, richtig krassen Stürmer haben, der die Liga zerschießen kann. Deswegen, das ist das Team, das es machen wird. Ich hoffe wir werden nicht gefeuert und Stand jetzt bleiben noch 4 Spieler übrig, wo wir in die Taktikansicht reingehen können und dann auch noch simulieren können. Eins habe ich schon verbraucht, das war das erste Pokalspiel. Und ja, wahrscheinlich gegen Augsburg, ja das müssen wir wahrscheinlich, da müssen wir das wahrscheinlich auch machen. Da ist eben leider dieses Worst-Case-Szenario aufgetreten, dass wir den Erstligisten gezogen haben in der nächsten Runde, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Weil, ja, wir sind Aufsteiger in die zweite Liga, da weiter zu kommen. Eigentlich fast ein Todeslosen, das ist eines der Ziele, die wir auf jeden Fall schaffen müssen. Damit wir den Vorstand zufriedenstellen. Aber wir simulieren erstmal den September, ich glaube da kann noch nicht wirklich viel passieren. 3-2 gegen Hardenheim, das ist auf jeden Fall geil. Guter Auftakt in den September, auswärts gegen Düsseldorf auch gewonnen, let's go. Bisschen Form sogar, das gefällt mir, das gefällt mir zu Hause gegen Braunschweig 2-0, 2-0 auswärts Dresden. Auch 2-0, oh mein Gott. Vielleicht wird es doch mehr als ein Mittelfeldplatz, aber Top 3 wird schon schwer, sag ich. Top 3 wird schon schwer, wir wollen nicht zu übermütig werden, aber vier Sieger enteinander, das ist schon crazy, ja, muss man nicht sagen. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, ich hätte gedacht, mindestens irgendwo ein Unentschieden. War auf jeden Fall richtig, richtig geiler September. Wir schauen kurz mal auf die Tabelle, weil ich neugierig bin. Oh mein Gott, Digga. Also ich meine, wenn es so weitergeht, Platz 2, direkt Aufstiegsplatz. Das ist wirklich crazy, muss ich sagen. Also, damit habe ich jetzt ohne Spaß nicht gerechnet. Weil der Auftakt von der Mannschaft war echt nicht so sonderlich berauschend. Das war auch schon, das muss man dazu sagen. Spieler hier kommen auch rein. 1,9 Millionen Marktwert. Uwe Klein, 1,9 Millionen. Sehr schön, das gefällt mir. Uwe Klein, Digga. 63 mit 15. Boah. Wir sind sogar Trainer des Monats, Leute, ja. Wir sind sogar einfach Trainer des Monats geworden. Glückwunsch an Herrn Ehrie, Digga. DSV 1860 München, Trainer des Monats. Aufsteiger nach so einem schlechten August, eigentlich so ein krassen September. Wir sind auf jeden Fall deutlich stärker als wir. Es ist jetzt die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Es ist wirklich ein Engl-Spiel, dass die uns hier Bundesligisten geben. Geisdorf, wir gehen rein. Wir gehen rein. Blutlichter, geiler. Geiler Pokalabend. Wir sind sogar zu Hause, ja. Die Löwen sind zu Hause und gegen Augsburg. Also Hype ist auf jeden Fall irgendwo da bei mir. Weil es wäre auf jeden Fall eine richtig krasse Story, wenn wir die da raushauen. Aber schwierig, ja. Wir haben uns die Gesamtbewertung angeschaut. 76er Rating da schon von dem Team in der Offensive zum Beispiel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass uns die hier einfach chillig 2-3-0 aus dem Stadion schießen, die ist verdammt hoch, sage ich auch herrlich. Also da muss ich wahrscheinlich eingreifen. Rechts ist ein freier Nankishi. Komm, du hast ein bisschen Platz, Junge. Lauf ein bisschen. Zieh, zieh, zieh. Nankishi, ja. Viper! Ah, Anlaki, Anlaki. Das hält ja gut. Ist das noch Kikiewicz, den die da im Tor haben? Ich weiß grad nicht, wen die da überhaupt im Tor haben. Ibo Matza. Der Junge aus der Hauptstadt. Bisschen Platz in der Mitte. Rieder. Der legt hier rüber auf den Mann in unserem Team. Mit wahrscheinlich dem größten Holzfuß. Würde ich in so einer Situation nicht machen. Larsen hat ein bisschen Platz. Larsen hat ein bisschen Platz. Ja. Das erwartete 1-0. Das erwartete 1-0. Fuck. Das ist schade. Aber das war zu erwarten, wenn er so viel Platz hier hat. Das hat Ibo Matza ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Dass er da auf Rieder rüber gespielt hat. Weil der Mann, der hat keine Technik am Ball, ja. Der hat wahrscheinlich 60 Dribbling oder so. Der verlierte den Ball any day of the week und twice on Sundays deswegen. Und wir gehen rein, Leute. Ist jetzt keine Garantie, dass wir noch weiter kommen. Sag ich gleich dazu. Ah. Muss mich erstmal rein finden in das Spiel. Ibo Matza schön. Ibo Matza schön. Nankishi, der hat ein bisschen Platz. Ibo Matza, der tanzt hier im Strafraum. Viper mit der Chance. Ah. Bisschen zu ungeduldig. Der hätte ein bisschen Platz gehabt. Der Junge. Das ist schade, ja. Das wäre wirklich hier direkt im Strafraum die Chance aufs 1 zu 1 gewesen. Zu viele Dinger dürfen wir nicht niegelassen als Mannschaft hier. Und das ist der Abpfiff. Bis zum Ende gekämpft. Bis zum Schluss gekämpft. Kann sich sehen lassen. Auf jeden Fall nur 1 zu 0 verloren. Aber davon kannst du dir am Ende auch nichts kaufen. Wir haben es leider nicht geschafft, in die nächste Saison des Pokals weiterzukommen. Die Pokalabende sind jetzt erstmal beendet für die Saison. Das ist schade. Wenn das schon im September der Fall ist, ist das natürlich auch eines der Ziele gewesen. Habe ich jetzt glaube ich schon zum 10-Millionen-Mal erwähnt. Aber einer guten Liga-Performance kann sich die Saison dann natürlich trotzdem noch sehen lassen. Das könnte auch eine geile Partie sein gegen Bremen. Wir tun es. Wir gehen rein. Wir gehen rein, ja. Dann messen wir uns direkt mit dem Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hier, ja. Energiemäßig schaut es in unserem Team nicht so gut aus. Wir müssen ein bisschen rotieren. Das stimmt schon, ja. Wir werden hier wahrscheinlich Tachir im Sturm spielen müssen. Hier wird wahrscheinlich Schulter von Beginn an über rechts aus sein kommen. Und auch lang kriegt man wieder ein Spiel, ja. Ist auch gut für die Rotation ein bisschen, ja. Ist jetzt schon das dritte Spiel hier gleich sehr früh. Aber es ist natürlich auf jeden Fall gleich um 13 Uhr zu Hause das Duell gegen den erst platziert, ne. Aber wir haben gleich viele Punkte. Das heißt, es ist jetzt gleich ein früher Gradmesser, wo wir tatsächlich wieder erwartens wieder meiner Prognose doch um den Aufstieg mitspielen können. Deswegen ist auf jeden Fall eine ganz ganz wichtige Partie hier gegen den Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Und die Partie geht los. Bremen von rechts nach links zuerst am Ball hier. Mitchell Weiser, den haben die auch noch. Der ist einfach Algera, der Bre. Das ist ein bisschen random, aber auch sehr lustig. Aber wäre auch natürlich lustig, wenn wir hier einfach eine geile Performance hinlegen. Die Jungs top performen und die 60er gleich im Rennen um den Aufstieg. Hier wichtige drei Punkte machen im Strafraum. Brenz! Und der ist 1 zu 0. Der frühe Stimmungskiller durch den SV Werder Bremen. Die Nummer 10. Schön reingedreht. Und da sind wir natürlich angefressen. Da ist der Coach natürlich nicht happy. Das kann ich verstehen. Das Kater hier im Ball. Boah, dass Navi Kater in der zweiten Liga spielt. Stimmt, den haben die ja gekauft. Der war ja mal wirklich extrem gehypt. Liverpool hat den für 80 Millionen gekauft. Und hat mir sogar die legendäre 8 von Steven Jarrett geholt. Während ich hier über ganz andere Themenphilosophie kassieren wir fast das 2 zu 0. Schaut auf jeden Fall nicht gut aus bisher. So ehrlich muss man hier sein, denke ich. So selbstkritisch muss man auch sein, dass man sich hier vielleicht ein bisschen überschätzt hat hier. Auch wenn es natürlich nur 1 zu 0 steht und man natürlich jederzeit hier ein Tor machen kann. Schön mit der Hacke gemacht. Ein bisschen platzt, aber das ist Stevanovic. Macht der hier vielleicht das Tor? Oh mein Gott. Mihailo Stevanovic. Mein Namensvetter hier direkt mit dem Ausgleich. Kommt mit aus dem defensiven Mittelfeld und hämmert den in den Winkel. Was ein Abschluss. Die Nummer 13 des TSV 1860 München auf dem Weg zur absoluten Vereinslegende. Nach einer krassen Saison in der dritten Liga hier. Hämmert den in den Winkel. Wir sind außer uns vor Freude. Was ein Abschluss. 1 zu 1. Wenn du mir nach der ersten Hälfte das 1 zu 1 angeboten hättest, ich hätte sofort genommen. Ich bin ehrlich. Jetzt haben die beiden Spiele wo ich eingegriffen habe, ich sage eigentlich so als Trumpfkarte eingebaut. Bisschen. Ist auch nicht so gut funktioniert, aber ist okay. Und wir verlieren leider hier gegen Osnabrück zu Hause. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Und wir verlieren auch gegen Elversberg. Fuck. Okay. Wie gewonnen. So zerronnen wie man so schön sagt. Das ist crazy diese Nachricht. Das müssen wir uns noch kurz anschauen. Hallo Eri. Erstmal sehr nett. Aber. Ich habe jetzt ein Spiel ungelogen nicht gespielt und sofort. Oh mein Gott. Spielzeit. Spielzeit. Ege. Halt die Fresse. Wir simulieren weiter und wir gehen in den Dezember hinein. Nächste Niederlage. Wieder verloren. Holstein Kiel. Baum zu Hause. Verlieren wir auch gegen Darmstadt. Mann. Endlich mal wieder ein Sieg gegen Bielefeld. Ja. Okay. Wir sind in der Tabelle auf Platz 11. 20 Punkte. Ah. Wir haben uns weiter unten eingependelt. Ich glaube das war es jetzt dann mit dem Aufstieg. Also wirklich jedes Mal so bei der Karriere, wenn du ein paar Spiele verlierst, kommst du so schnell in so einen Negativstudel, wo du einfach dann gefühlt nichts mehr machen kannst. Und das ist halt die Gefahr an der Simulation. Ah. Auch hier wieder 2-0 verloren. So. 2 mal Hannover. Ah. 0-0 gegen Nürnberg. Okay. Und gegen Hannover nochmal auswärts. 3-0 verloren. Okay. 3 mal die Ziele gefährdet. Okay. Alle Ziele sind gefährdet. Die sind orange. Das erste Mal. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Ich will es gar nicht lesen. Ich will es gar nicht lesen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Ich habe den in jedem Scheißspiel bis auf eines in der Aufstellung drinnen gehabt. Das bedeutet, der muss eigentlich, wenn wir jetzt Hausnummer Hälfte Saison 18 Spiele haben, hat der alle 18 gespielt. Ja. Also wirklich. Der hat die 18 Dinger durchgezockt. Und was macht Hertha? Der BSC holt ihn trotzdem. Da kann nur eine Sache passieren. Entweder das Spiel ist wirklich so blöd und kackt sich wegen einem lächerlichen Spiel in die Hose. oder während der Simulation hat der Assistenztrainer einfach den Bre immer ausgewechselt oder nicht spielen lassen. Wo ich mir denke, warum nicht? Digga, wie dumm ist dieses Spiel? Digga, das machen wir jetzt richtig sauer, ja? Das ist der beste Talent in unserem Team. Der ist wichtig für unseren Kader. Einfach weg jetzt. Ich meine, ja, Vrenetzi hat auch eine 68, okay, aber trotzdem. Das ist einfach richtig, richtig AE-mäßig vor diesem Spiel, ja? Das mit den Laien, dass das oft so eine Scheiße passiert. Weil es ist immer in der Karriere schon mal passiert mit dem Bre auch. Der ist auch dann... Aber gut, den habe ich auch wirklich nicht spielen lassen. Aber bei Ibrahim Matze, der war jedes Spiel in der Startaufstellung. Wie gesagt trotzdem, nee Digga, interessiert uns nicht. Ja? Wird zurückgerufen. Was soll die Scheiße? Dass eines der Ziele auch die Markenpräsenz ist und dass wir dafür einen Mittelfeldspieler brauchen. Und der eine oder andere kennt den vielleicht noch, weil er bei Everton mal ein richtig geiles Talent war. Und richtig den Hype hatte wegen seinem Pace, weil er mal so ein Sprint-Duel gegen Bale gewonnen hat. Das könnte natürlich das Career Revival sein. Mit 69 ist er auch bereits gut genug, um für uns zu spielen. Das heißt für unseren Kader tatsächlich sogar ein Upgrade. Und könnte noch ein paar gute Jahre bei uns sagen. Ja okay, ein Jahr. Weißt du was? Juckt mich nicht. Neh mich an. 69. Der spielt von Anfang an. Der verbessert uns ein bisschen defensiv im Mittelfeld. Und dann haben wir auch ein weiteres Ziel erfüllt. Was auf jeden Fall wichtig wäre. Wir sind jetzt das erste Mal auf Gelb gelandet. Und wenn wir jetzt zu viele Spiele verlieren, dann werden wir wirklich rausgeworfen. Das ist das Ding. Gelbes Manager Rating. Ja. Ja. Ich habe mich verlesen. Wir müssen einen Verteidiger kaufen. Okay. Egal. Aber ich habe einen Verteidiger gekauft. Hä? Was ist das finanzielle Ziel? Das fuckt ab. Ja, der Dezent. Aber ja. Wir werden die Moral boosten und in dem Spiel auch reingehen. Das heißt wir gehen hier rein gegen Bielefeld mit ein bisschen gedrückter Laune. Naja, in der Liga läuft es gerade nicht mehr so gut. Und der Vorstand macht auch Stress wegen Zielen. Die ich einfach nicht checke. Weil wir haben einen Verteidiger gekauft. Es steht, man soll einen Verteidiger kaufen. Und dann ist das erfüllt. Ich habe das Ganze am Anfang der Saison gemacht. Und ich checke nicht, warum das nicht zählt. Ja. Servanovic. Guter Laufweg. Viper. 1 zu 0 für die Löwen. Let's go, Digga. Wir haben lang drauf gewartet. Ich habe ihn gerade noch gehatet. Was ein Abschluss. Nelson Viper. Bei 1 zu 0 für 1860 München. Geil gemacht. Verdient. Ja. Wir waren am drücken. 1 zu 0. Sehr schön gemacht. Und wichtig. Auch mal ein Lichtblick. Fünf Tore nur in zwölf Partien. Noch ein bisschen zu wenig. Erwarte mir noch ein bisschen mehr. Oh, Brennezi. Boom, Digga. Was ein Abschluss. Ja. Ibu Matze ist wieder weg. Hertha BSC hat uns den leider weggenommen wieder. Was ein Tor, Digga. Was ein Abschluss. 2 zu 0. Die Fans sind auch happy. Endlich wieder ein Sieg. Die Spieler jubeln alle. Das ist doch moral. Das ist Team Chemie. Sollen wir das sehen. Geiler Abschluss. Wir schauen es uns nochmal an. Boah, aus dem Winkel. Ja, ich muss den Torhüter halten. Aber ist uns egal. 2 zu 0. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das war jetzt nochmal dieses Ziel. Verteidiger. Okay. Verpflichte jetzt irgendwelche Verteidiger. Das ist mir wurscht. Der ist Torhüter. Der ist Stürmer. Bro, gib einen Verteidiger. Der könnte Verteidiger sein. Tor. Bro, gib Verteidiger. Gleich den Verteidiger. Ja. Ist da einer wenigstens dabei gewesen. Wenigstens einer. Nein. Ich habe nur irgendwelche. Ey, ist unnötig verpflichtet. Super. Ist doch egal. Wen juckt das Alter. Es zählt ja wieder nicht, wenn ich hier einen Gratis kaufe. Und lässt das nicht zählen für mich. Ich muss wirklich auf diesen blöden Jugendwichs erwarten. Dass der mir einen Innenverteidiger bringt. Ah, ich habe Budget 250.000. Wir sind wirklich gefühlt die Hände gebunden. Und ich kann 0,0 machen. Ich bin einfach abhängig davon, ob das Spiel jetzt irgendwie gönnt und mich jetzt einfach weitermachen lässt. Oder ob es kacke läuft und dich rausfliegt. Die tausendste Innenverteidiger, die ich kaufe. Aber es wird das dumme Spiel wieder nicht jucken Digger. Oder jucken? Zählt das? Zählt das? Nein. Ja super Digger. Halt die Fresse. Ohne Spaß. Ja und nicht das Geld, das ich irgendeinen Fucker geben verteidige. Für tausend Millionen jetzt kaufen gehen Digger. Das ist... So ist mir jetzt egal. Wir simulieren den Februar erstmal durch. Ja 4-1 verliert man da oder? Ja sicher gegen Heidenheim. Gewinn mal ein Spiel Digger, das gibt's nicht. Die ganze Zeit der Scheiß Trainingsplan. Ich schwör das ist so nervig. Ich hasse dieses Feature. Mehr als viele Sachen auf diesem Planeten Digger. Ich schwör. Der Rest der Konferenz machen wenigstens irgendwas. Ich kann nichts tun Digger. Also gib jetzt Verteidiger her, sonst raste ich raus jetzt hier gleich komplett. Verteidiger. Nächster Verteidiger. Links Verteidiger. Der ist Deuter. Ja das interessiert mich nicht. Der zählt ja auch nicht als Verteidiger. Er kann Verteidiger spielen, aber er ist kein Verteidiger. Cool Digger. Halt die Schnauze. Danke Digger. Danke du dummes Spiel, dass du mir das nicht gönnst. Einfach diesen irgendeinen dummen Verteidiger. Ich weiß, da gibt man hier 5.000 in dem Spiel. Ich bin auch blöd, dass ich nicht einfach bei dem Verteidiger einstelle, dass der... Innenverteidiger. Hol den jetzt. Los. Hol jetzt den Innenverteidiger, sonst... Dalli Dalli Digger, sonst... Werden wir noch gefeuert. Und das will ich absolut nicht haben. Simuliert das dumme Spiel nächste Niederlage natürlich. Ja, alle Ziele sind gefeiert. Ich weiß, super. Du brauchst mich nicht den ganzen Tag daran erinnern. Muss ich wirklich, muss ich das machen? Egal, interessiert mich nicht. Das habe ich zwar nicht dazu gesagt, aber dann muss ich das machen. Da muss ich die Spiele irgendwie mit diesen Spielstilen irgendwie pushen. Ah, chilliges... Wirkliches Trainings-Gameplay. Ja, das liebt jeder. Muss diese Ziele da oben treffen, oder? Ich glaube, ich treffe den Scheiß eh nicht. Schieß dieses dumme Ziel halt ab. Das gibt's nicht. Trifft alles aber nicht das Ziel. Das gibt's nicht. Oder... Was für eine Feeschuss. Ja, das kannst... Ich will meine Oma im Tor damit bezwingen. Vorübergegende Spielstil nicht erreicht. Cool, Digger. Danke. Danke dafür. Auf jeden Fall, EA. Einmal getroffene Scheiß gegen, ich schwöre, das ist ein Wahnsinn. Ich setze direkt auf das Hindernis drauf. Geil. Geiler Schuss, Digger. Come on. Ah, ich halte nicht lang genug drauf, weil ich dumm bin, Alter. Weil ich einfach ein dummer Aerie bin. Verkackt in diesem dummen Kinderspiel sogar. Danke. Ja, sehr geil. Danke sehr. Auf jeden Fall. Renitzi. Ja, wow. Interessiert keinen. Achttausend brauche ich. Achttausend Schüsse, Digger. Wenn ich diesen Powerschuss bekomme, der wahrscheinlich fürs Spiel selbst 0,0 bringt. Ich kann euch drauf wetten. Geil. Geil. Achttausend Punkte kommen, das schaffen wir jetzt. Oh, er schießt zwischen die Ziele durch. Halt die Schnauze, Bro. Leicht runter kommen die... Ich krieg diese Scheißpunkte nicht zusammen, ich schwöre. Geil. 500 Punkte. Oh, aber ich muss ein Tor schießen. Knall den irgendwie rein, du kleiner Aerie. Oh, ich habe nur einen Schuss. Ich habe nur einen Schuss. Okay. Wie soll ich die... Wie soll ich die gegen den Torhüter reinmachen? Erklär mir das mal einer, wie das gehen soll. Boah, das war stark. 2.000 Torhüter in den Schuss. Stange. Oh mein Gott. Facks nicht mehr. Trifft wieder gar nichts. Geil. Nichts. Ja komm Digga, wenn die auch nicht schießen können, was soll ich da machen? Ja, durch alles durchgeschossen. Supergeil. Heißt, mein Feldspieler da im Tor, Nankishi? Wollen die mich verarschen? Steht ein Feldspieler im Tor und ich bring den scheiß Ball nicht rein oder was? Ja, vorüber... Ja, und jetzt geht es nicht mehr. Geil. Danke. Danke für nichts, EA. Verlieren wir ja wieder. Ja, supergeil. Supercool Digga. Ein Spiel haben wir noch, wo ich eingreifen kann. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Die Karriere. Was ist denn das für ein Müll? Die Spieler steigen sogar. Ah, wir verlieren jedes Spiel. Was ist die Scheiß? Was... Also Ruhe, SC. So. Hier müssen wir jetzt reingehen. Ich glaube, das ist das letzte, wo wir reingehen können. Das muss ich jetzt machen, ja. Ja, wir werden die Playoffs unmöglich schaffen, ja. Unmöglich, weil die Spieler einfach dumm sind oder was weiß ich. Keine Ahnung. Was können wir gebrauchen? Schuss. Okay. Das wäre geil, wenn wir das kriegen. Ist okay, ist gut. Ist gut, ist okay. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Das Spiel verarscht mich heute. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Es ist wie Ultimate Team, ja. Okay. Ja, wenn der auf einmal zu Prime Neuer wird, kann man nichts machen. Das ist dann halt so. Dann ist das eben so, ja. Was willst du machen? Was willst du tun? Kann man nichts machen, ja. Müssen wir hier jetzt reingehen. Aber im prestigeträchtigen Waldstadion können wir jetzt unser letztes Spiel verbraten, damit wir nicht rausgeworfen werden, weil die jedes scheiß Spiel verlieren. Weil das ist scheinbar die schwerste Liga der Welt ist. Die Welt, Digga. Vor allem, Digga. Geiles Deutsch, Digga. Ich verblöde wirklich durch dieses Spiel. Ich verlerne, wie man spricht. Einfach, weil mich das so wütend macht, ja. Und ich spiele den Karrieremodus, nicht Ultimate Team. Das ist absolut crazy. Wenn es bei Ultimate Team ist, okay, Digga. Weekend League, okay. Das nimmt einen auseinander. Okay. Kann man verstehen, wenn man da ragt. Aber Karrieremodus, das ist, pff. Das ist different gravy, ja. Wenn man, wenn einen selbst das irgendwie auf die Palme bringt. Aber EA schafft es selbst mit so einem Modus, der eigentlich der chillige Modus sein sollte, einen irgendwie auf die Palme zu bringen. Ich frage nicht, wie sie es machen. Das ist schon ein echtes Kunststück. Aber sie machen es auf jeden Fall. Das ist das Ding. Greilinger. Du bist nicht Neymar. Spiel ab. Geil gemacht. Toragolasso, ja. Jubel nicht. Mir ist mir egal. Wir spielen jetzt weiter. Komm, komm. Pushen, pushen. Digga. Was ist das für ein Lucky Bounce? Das habe ich noch nie gesehen. Oder, ja. In der Karriere habe ich es noch nie gesehen. In Ultimate Team sieht man es in jedem Spiel. Aber 1 zu 0, da muss mehr her. Ja, da will ich mehr sehen jetzt. Sarte Hälfte. Das will ich nicht sehen, ja. Lass dich doch nicht so einfach spinnen. Oh, das ist ein richtiges FIFA-Tor. 1 zu 1. Komm, halt dein Maul. Der lässt sich da spinnen wie ein Amateurspieler. Auf die Latte. Perfekter Rebound, Digga. Sind wir im Basketball oder was? Ren, hast du ein bisschen Pace, Digga? Ja, komm. 2 zu 1. Halt dein Maul, ey. Halt dein Maul in deinen Eri hinein. 2 zu 1. 2 zu 1, 1860. Ich gebe nicht auf ohne einen Kampf, ja. I will not give up. Guter Ball, guter Ball. 3 zu 1. Partie gedreht, ja. Ja. KSC, ja. Karlsruher Sportclub. Mit dem schönen Rebound vorher. Habt ihr auch geglaubt, ihr könnt doch hier irgendwie einen Punkt erst sneaken. Ja. Sneaky irgendwie ohne es zu verdienen, ja. Aber der gute Fußball, der hat sich durchgesetzt, ja. Der setzt sich in der Regel immer durch. Das ist das Ding. Ich habe ein Wochenbudget von 8.300. Warum kann ich dann einen mit Wochengehalt 4.420 nicht kaufen? Kann mir das einer logisch erklären? Hä? Hä? Das Anfang vom Ende hat begonnen. Ja. 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 Geil, geil. Geil, geil. Wichtig. 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 Das kauft uns bisschen Zeit. 2 von 2. 2 von 2. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Ja. Das nehme ich auch noch ein Ziel, dass ich die, ähm... Wenn ich da mit Profit mache, wo ist das? Finanzen, ne? Okay. 2,5 Millionen muss ich rausholen. 1,1 kann ich für den verlangen. Verhandeln wir? Wir verhandeln. Ich brauche diese Millionen. Ja. Jawohl, geil, eine Million hier 1,4 fehlen uns da dann noch Wir haben ein Spiel gegen Kiel Ab Keller-Duell Keller-Duell Bitte Bitte lass mich das gewinnen, bitte So wichtig, Digga, let's go, 2 zu 0 Mohamed Vogt, Digga, was sein Name Aber wir werden den auch verkaufen müssen jetzt 980.000 Gib mir eine Million auch für den Typen Und dann kann ich, dann habe ich dieses Ziel auch geschafft Muss einfach dieses Ziel hier abklappen 1,1, perfekt, perfekt 2,1 Millionen 84% haben wir geschafft, ja das muss ich noch erreichen Zuhause Wir gewinnen zuhause, jawohl, jawohl Jawohl, jawohl, jawohl Wir sind wieder grün, wir sind wieder im grünen Bereich Wir sind wieder im grünen Bereich, Leute Wir sind wieder im grünen Bereich Ich habe es ganz leicht repariert Ja, das mit der Marke, das wird nichts mehr in der Saison Wir müssen wieder beten 1 zu 0, Digga Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben out of nowhere einen geilen April Out of nowhere haben wir den Platz 12 Ich glaube wir sind Ja, wir schaffen den Mittelfeldplatz tatsächlich Es ging jetzt einfach nur noch ums Überleben Ja, ich habe jetzt auf gar nichts anderes mehr geachtet Nur, dass ich irgendwie Ja, perfekt Ich habe das geschafft mit dem Profit das Ziel Sehr, sehr wichtig Mit dem Spiel in der Hinsicht keinen Stress macht Komm, wir haben das erreicht Wir werden das noch schaffen Ich habe das auch erfüllt Vorrangige Jugendarbeit, ja 2,5 Millionen habe ich auch hier erspielt Wir haben hier kein Geld eigentlich 8 Euro Budget Ja, ich gehe jetzt erst nächstes Jahr Dresden hat 28 Punkte, Digga Das ist nichts Mail-Simulation und Ich mache mir noch über die 28 Punkte, lustig Nächstes Spiel verloren Digga Wir müssen die Saison einfach nur irgendwie überstehen Mehr geht es nicht mehr Holy shit Wir werden wieder gelb Wir gehen wieder gelb Digga, Bremen Ist das das letzte Spiel? Okay, das ist das letzte Spiel Twitter ist Bremen geworden Erster, ja Digga Wir können uns noch vom Meister noch Packung abholen Das ist geil Ich meine, so hat sich das Blatt gewendet Die sind tatsächlich Erster geworden Und ja Wir sind irgendwo im Nirgendwo Unter Tabelle 2,1 verloren, ja 9,7 Millionen Ja, wahrscheinlich wird das ungefähr Unser Transferbudget sein Okay Ja, ist nicht besonders viel Aber Nächste Saison heißt das Ziel auf jeden Fall Aufstieg Wir schauen uns mal jetzt zum Ende der Saison Nochmal ganz kurz die Ratings von unserem Team an Ist natürlich auch immer interessant, wie viel gestiegen ist Ja, hier gibt es niemanden wirklich Interessanten Dann, das ist die Bank Gut, das sind eh keine Talente Dieser Februar, der entwickelt sich wahrscheinlich nicht mehr Ich weiß nicht, warum er so unglücklich ist Wahrscheinlich wegen dem Gehalt Oder so So, wir haben hier Hiller Verlad Ludewig Der ist ein bisschen gestiegen auf 73 Den verlieren wir wieder Den müssen wir wieder leihen Greilinger 69 Ja, ein bisschen gestiegen der Abwehr Ganz okay Dann, das war klar, dass er nicht steigen wird Den habe ich nur wegen dem Rating und so ein bisschen geholt Weil ich mich kurz verlesen habe vorher Dass ich dachte, wir müssen für die Markenpräsenz einen Mittelfeldspieler holen Aber es war eigentlich ein Innenverteidiger gefragt Servanovic hat sich auf 71 verbessert Das ist schön Dann Kishi auf 70 Venezi ist auch noch ein kleines bisschen gestiegen auf 69 Gutau ist auf 71 Und Viper ist auf 74 sogar gestiegen Hat 5 Sterne Skills 5 Sterne schwacher Fuß Das ist geil auf jeden Fall Bei den Toren ist es tatsächlich sogar Julian Gutau, der die meisten für uns gemacht hat 9 Tore in der Liga 11 Gesamt Ja, wirklich gut funktioniert hat Die Offensive nicht Und Venezi Der Allstar mit 31 9 Tore, 9 Assisten Der war eigentlich wirklich wieder Unser MVP diese Saison Das ist ein bisschen crazy Und von der Liga her sind wir ja Platz 12 12 davon 18 Ja, das ist unteres Mittelfeld Ja Perfekt Hilder dürfen wir nicht verlieren Rückkehr ausgegießene Spieler Ja, warte mal Den will ich noch kurz sehen 68 Geil Perfekt Ja, okay Wir brauchen keinen 10er kaufen Immerhin das Ja Er wird Stamm spielen Zwölfter Platz Zweite Runde DFB-Pokal Das war halt Unlucky Ja, wir haben Wir haben ja hier fast alle Ziele erreicht Ich check nicht darum, die dann immer so angepisst sind Aber ja, das ist halt Das Spiel ist halt dumm gemacht In gewisser Hinsicht Wir schauen zu den Zielen noch für die nächste Saison Ja Kein Geld mehr hatten Super Das heißt, wir müssen auf der Position auch wahrscheinlich jemanden kaufen Also mindestens einen Torhüter Das ist auf jeden Fall sehr cool Nicht, ja Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen Und dann war es das mit Saison 2 Der TSV 1860 München Karriere Ist auf jeden Fall nicht so geil gelaufen Wie die erste Saison von den Erfolgen her Aber Saison 3 wird dann besser Und wir werden dann alles auch schaffen In die Bundesliga aufzusteigen Damit wir endlich wieder Das Derby gegen Bayern München haben Darauf bin ich schon richtig gespannt Bin ich schon richtig gehypt Obwohl ich unser aktuelles Team wahrscheinlich noch Wahrscheinlich 20-0 wegschieße Aber wie dem auch sei Bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen Würde mich über ein Like und ein Abo freuen Ciao